Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Frag DJ Mike Podcasts. Tatsächlich die letzte Episode im Jahre 2023. Ja, das heißt, wenn diese Folge online geht, findet schon der Jahreswechsel statt und wir starten in 2024. Und wenn du im DJ-Bereich tätig bist oder vorhast, im DJ-Bereich tätig sein zu wollen, dann hoffe ich, du hast dir schon so ein paar Vorsätze, so ein paar Pläne gemacht für das kommende Jahr, was du vielleicht als DJ erreichen möchtest. Zum Beispiel, wenn du jetzt noch ganz, ganz am Anfang stehst und du sagst, hey, ich muss mich unbedingt mal drüber informieren, welches die richtige Software ist, welches der richtige DJ-Controller ist und mir vielleicht sogar mal den ersten DJ-Controller kaufen, damit ich zu Hause schon mal als DJ die ersten Übungen machen kann. Das wäre zum Beispiel was, wenn du als Anfänger startest. Vielleicht bist du aber schon fortgeschrittener DJ, hast sogar schon einige Erfahrungen, hast auf der einen oder anderen Feier aufgelegt und sagst dir, ey, 2024 muss ich unbedingt was ändern. Ich habe vielleicht viel zu wenige Aufträge, viel zu wenige Bookings. Auch ist meine Gage eher im unteren Bereich, so zwischen 300 bis ungefähr 800 Euro. Es macht jetzt endlich mal Sinn, dass ich mich professionalisiere, dass ich vielleicht sogar Gagen von 1000 bis 1500 Euro kriege und vielleicht meine Skills und vor allem meine Vermarktung auch mal angehen sollte. Vielleicht bist du aber auch im Profibereich mit drin, weil da höre ich von DJs immer wieder, die sagen, ey, die letzten Jahre als DJ, da war ich nonstop unterwegs, jedes Jahr 30, 40, 50, 60 Gigs und so weiter. Dieses Jahr trete ich mal ein wenig zurück und mach mal weniger. Und dafür erhöhe ich auch meine Preise, so dass mein Einkommen dieses Jahr gleich bleibt, aber ich weniger Gigs spielen muss. Was übrigens sehr, sehr vorteilhaft ist, denn dadurch hast du auch mehr Zeit zur Verfügung, um einzelne Kunden besser zu betreuen, was wiederum auch wieder einen höheren Wert hat und Kunden dafür auch bereit sind, mehr Geld zu investieren. So kann es zum Beispiel sein, dass du dich vielleicht sogar im Bereich zwischen 1500, 2000 oder vielleicht sogar schon im 3000 Euro Bereich als mobiler DJ bewegst. Ich habe da vor kurzem übrigens mal nach vielen, vielen Absprachen mit der kompletten Community so eine kleine Auflistung gemacht. Da sind empfohlene Preisrahmen für mobile DJs drin, je nachdem, in welchem Bereich du bist. Ich blende die hier übrigens mal mit ein, dann kannst du da gerne mal mit drüber gucken. Ansonsten findest du die auch auf meinem Instagram-Account. Da ist die sogar im Profil, meine ich, mit angepinnt. Und ansonsten steht sie dir natürlich in meinem DJ-Newsletter auch immer zur Verfügung. Und da siehst du zum Beispiel drin, in welchem Bereich bist du. Bist du vielleicht noch der Anfänger, der das als Hobby macht? Bist du vielleicht sogar der fortgeschrittene DJ, der das vielleicht sogar nebenberuflich oder sogar komplett beruflich macht? Dann gibt es da so einen Rahmen drin. Und du siehst unten, da ist das nochmal ein bisschen definierter, ein bisschen abgeschnittener. Denn da ist der Bereich drin, da sage ich mal, da wird es für uns DJs erst richtig geil und erst richtig lukrativ. Und zwar, wenn du dich mal so ein bisschen um das DJing und um das Marketing kümmerst, dann weißt du, mit einer ausgearbeiteten Positionierung, so dass du halt nicht mehr einfach der Musikabspieler bist oder der DJ, der alles macht. Hier ruft ein Kunde, sagt, ich brauche jemanden. Und du sagst, ich kann, ich mache und so weiter. Sondern wenn du wirklich Profi, Expert in einem Bereich bist, dir da eine Positionierung ausarbeitest, dann hast du natürlich auch die Möglichkeiten, ganz andere Gagengrößen mit reinzunehmen. Ist auch ganz logisch. Beispiel mal mit so Ärzten als Vergleich, der oft gerne genannt wird, ist, wenn du jetzt nicht der Allgemeinmediziner bist, also nicht der Hausarzt, sondern du hast dich spezialisiert und bist zum Beispiel Chirurg. Chirurg auf zum Beispiel Herzoperation. Dann seien wir mal ehrlich, ein Chirurg, der Herzoperation macht, der verdient doch ganz anders da, als jetzt so ein Hausarzt, so ein Allgemeinmediziner, bei dem halt alle kommen, die die Ohrenschmerzen haben, die die Halsschmerzen haben, die die vielleicht Herzschmerzenprobleme haben, der macht ja die erste Untersuchung. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, der richtige Profi, das ist doch dann der Chirurg und der verdient ganz anders da. Und so ist das auch bei uns DJs. Auch wenn es kein Berufsbild gibt, macht es trotzdem Sinn, sich zu spezialisieren, sich zu positionieren, um dann später auch eine höhere Gage zu kriegen. Wenn das übrigens was für dich ist und du hast da Bock drauf, das vielleicht sogar im Jahre 2024 anzugehen, hey, dann melde dich mal bei uns, weil genau das coachen wir. Genau das machen die DJs, die bei uns schon in Weiterbildung, in Schulung und in Coachings mit drin sind, die unterstützen wir dabei, diese Positionierung besser auszuarbeiten, damit sie zukünftig mehr lukrative Bookings kriegen und natürlich auch mehr Geld verdienen. Also, wenn das was für dich ist, unter dieser Episode findest du den Button auf ein kostenloses Erstgespräch, dann sprichst du einmal mit uns und dann können wir mal gucken, wo stehst du aktuell, wie ist dein Feedback und welches Potenzial hast du zum Beispiel noch, um das DJing nebenberuflich, hauptberuflich zu machen und vielleicht sogar, wie viel Geld kann man damit überhaupt verdienen. Yes. So. Ich sage das übrigens jetzt so deutlich, weil das klingt oft wie Werbung, wenn ich das sage, ist es vielleicht doch irgendwo auch, wir sind halt ein Schulungsunternehmen. Und wer wäre ich denn, wenn ich das, was wir machen, nicht anbieten würde? Wirklich, ist wichtig. Das ist ja so, wie wenn du DJ bist, aber niemandem sagst, dass du DJ bist. So ist das ganz genauso. Und ich sage das so explizit, weil ich habe eben schon mal einen Blick über eure Fragen geworfen, die ihr mir heute gestellt habt. Und da sind einige Fragen mit dabei, die genau darauf abstimmen. Und das sind Fragen, die kann ich nicht in so einer 3-Minuten-Frag-DJ-Mike-Episode beantworten. Da sage ich immer, lass uns mal einen Tag miteinander verbringen oder zwei Tage oder drei Tage, dann kann ich dir das erklären. Deswegen erwähne ich das jetzt auch gleich mal, wenn ich die eine oder andere Frage beantworte, weil da kann ich diesmal tatsächlich nicht tiefergehend drauf eingehen. So. Jetzt legen wir aber los. Ich stelle mir einen Timer. Und los geht's. Hier sind meine Fragen. Frage Nummer 1. Ist der DDJ-400 noch eine Option? Nein. Ist er nicht mehr. Weil es ein veraltetes Modell ist. Es gibt ja das neue Modell davon. Das ist der DDJ-FLX4. Das ist ja dasselbe Gerät, aber mit neueren Funktionen. Also der hat alles drin, was der DDJ-400 hat. Und sogar noch mehr. Neuere Technik, neuere Methodik und es wird auch ein Support und so weiter für angebotet. Also DDJ-400 kriegst du heute vielleicht höchstens noch gebraucht, aber da empfehle ich dir, guck dir auf jeden Fall mal den FLX4 an. Findest du übrigens auf meinem YouTube-Kanal eine kleine Review-Video zu dem Controller auch mit dazu. Nächste Frage. Was hältst du von DJ-Musik TikTok-Videos, um sich einen Namen zu machen? Warte, den Satz muss ich nochmal lesen. Was hältst du von DJ-Musik TikTok-Videos, um sich einen Namen zu machen? Ehrlich? Gar nichts. Absolut gar nichts. Weil Erfolg wird nicht in Reichweite gemessen. Du willst damit Reichweite generieren. Klicks, Follower und so weiter. Das ist aber kein Erfolg. Erfolg wird gemessen, wie viele Kunden du hast, wie viele Aufträge du spielst. Ja, vielleicht auch wie viel Geld du verdienst. Und das ist viel wichtiger. Also, wenn mich irgendwo einer fragt, wie viele Follower hast du denn, wie viel Reichweite hast du denn, wie groß ist denn dein Name, dann sage ich, keine Ahnung. Ist auch im Endeffekt unwichtig. Wichtig ist, wie viele Kunden haben wir? Wie viele Erfolge machen unsere Kunden? Wie ist unser Umsatz damit? Haben wir genug Kunden, damit wir unser Unternehmen, unsere Ausgaben decken können? Das sind die wichtigeren Fragen. Also, würde ich sagen, nein. Beschäftige dich lieber wirklich mit dem Thema Kundengewinnung. Und das ist nicht, auf TikTok sich einen Namen machen. Nächste Frage. Oh, vom selben Typ. Achtung. Wie komme ich an DJ Gigs ran? Ja, ich habe es dir gerade schon gesagt. Und am Anfang auch schon mal. Wenn das ein Thema für dich ist und du wirklich an Aufträge, an Bookings kommen möchtest, an mobiler DJ, dann melde dich bei uns. Mach ein kostenloses Erstgespräch mit uns aus und da können wir dir genau sagen, nachdem wir dich mal kennengelernt haben, was du vielleicht als nächstes machen solltest, um genau dahin zu kommen. Nächste Frage. Hat mal deine Lichter nicht funktioniert? Was? Hat mal deine Lichter nicht funktioniert? Also, ich habe mir mal die Lichter komplett ausgeballert. Mal abgeschossen. Ich glaube, das hat jeder DJ schon mal gemacht. Mehr als einmal komplett die Lichter weggeblüht. Komplett. Wie alle sagen es, Blechdach verbogen. Ja. Einen hinter die Birne gekippt. Hat mal deine Lichter nicht funktioniert. Ich glaube, du meinst, hat die Technik mal nicht funktioniert. Nee, Lichter haben immer funktioniert. Musst halt in Qualität investieren. Also, wenn du dir so billigen China-Schrott kaufst und so weiter, irgendwelche Nonin-Produkte, dann ist kein Wunder, wenn das mal nicht funktioniert. Vertraue qualitativ hochwertigen Marken. Oh, jetzt ist die Zeit schon um. Alexa Stock. Ich mache aber noch eine Frage mit rein. Investiere in hochwertige Technik. Das lohnt sich. Macht sich immer bemerkbar. Hör auf mit so billigen 25 Euro, 25 Back Moving Ads oder so irgendwelchen billigen Dingern. Sondern Qualität ist King bei uns in der Branche. So, eine Frage noch. Wie stelle ich ein gutes Warm-Up-Programm zusammen? Ich habe da immer etwas Mühe. Auch da kann ich dir sagen, komm in unsere Schulung. Komm in unsere Schulung. Weil genau das schulen wir. Was musst du tun, damit ein Warm-Up-Programm überhaupt erfolgreich wird? Worauf musst du achten? Welche, wie spielen da deine Kunden und die Menschen eine entscheidende Rolle, damit du dich da bestmöglich darauf vorbereiten kannst? Das ist nicht in einem 3-Minuten-Video erklärbar. Bin ich ganz ehrlich. Wir haben da in unseren Schulungen ganz tiefer gehende Videos, ganz persönliche Erklärungen mit dazu, die auch auf dich und deinen Stil abgestimmt sind. Also auch auf deinen Musikgeschmack und auf deine Kunden. Deswegen komm in unsere Schulung. Klick auf den Button. Mach mal ein Erstgespräch aus. Und da sprechen wir persönlich miteinander. So, liebe Freunde. Das waren einige eurer Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wie gesagt, die letzte Episode im Jahre 2023. Ich hoffe, ihr startet wunderbar ins neue Jahr. Ihr habt euch eure Ziele, eure Wünsche gesetzt. Und ich hoffe, ihr startet da mal richtig durch. Habt da richtig Bock drauf, vielleicht auch tiefer ins DJing einzusteigen und mehr draus zu machen. Weil, seien wir mal ehrlich, eigentlich ist es der beste Job der Welt. Wir gehen raus, beschern den Menschen eine geile Zeit, spielen unsere Lieblingsmusik, sehen, wie die Leute feiern, wie die Leute tanzen, wie die Leute abgehen. Ey, das ist doch genau das, was wir wollen. Da geht doch genau unser Herz aus. Oder geht unser Herz auf. Und es ist einfach geil, wenn dich sowas beruflich erfüllt, wenn du sowas machen kannst. Als Hobby, nebenberuflich, hauptberuflich, das ist doch die pure Erfüllung. Aber noch geiler wäre es, wenn es dich auch wirtschaftlich erfüllen könnte. Das heißt, wenn du damit auch deinen Lebensunterhalt verdienen könntest. Wenn du zum Beispiel neben einem Hauptjob mit dem DJ noch gutes Geld verdienen kannst oder vielleicht sogar nur mit dem DJ leben könntest und das, was du liebst, theoretisch 24 Stunden am Tag machen könntest. Also, du weißt, wie ich es meine, wir reden von geilen Wochenenden, geile Gigs, geile Partys. Also, denk mal drüber nach, ob das was für dich wäre, das, was du gerne machst, dass es dich nicht nur persönlich erfüllt, sondern auch wirtschaftlich erfüllt. Denn das ist mit dem DJ möglich. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute und wir sehen uns in der Zukunft. Das ist mit dem DJ möglich. Ich wünsche dir viel Erfolg, du weißt, was du plansterve? Ja, Ich wünsche dir,